Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Halo Wars 2. Uns steht jetzt die achte Mission bevor, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Und es ist auch wieder Cedric per TS dabei. Hallo Cedric. Hallo. Einen wunderschönen. Ja. Ja, eigentlich wolltest du ja heute eventuell hier sein, aber da du leider weiterhin verhindert bist aufgrund deiner Krankheit. Ja, müssen wir leider wieder mit TS vorlieb nehmen. Aber vielleicht schaffen wir es diese Woche ja, neben Nioh, was wir diese Woche jetzt auch machen werden, ab morgen, dem Dienstag, dass wir dann zusammen hier Koop zocken. Das wäre ziemlich nice auf jeden Fall. Sollten wir mal gucken, dass wir das noch auf jeden Fall hinkriegen. Genau. Bevor ich mich jetzt wieder hier in irgendeinem Off-Topic verstricke, lade ich einfach mal das Spiel. Ja, krass. Oster Tiefe. Spirit of Fire an LS 1 3 0. Das Portalnetzwerk der Verbanden ist deaktiviert. Sind Sie auf Position? Und Moin, Thomas. Isabel. Sie hatte ich nicht erwartet. Wo ist der Käpt'n? Die Spirit of Fire wird gerade vom Verbandenträger beschossen. Darum bin ich ihr Kopfschmerzen. Also ich habe hier die Befürchtung, dass er jetzt wieder die vorherige Mission geladen hat, die wir so gut wie gewonnen hatten. Oh ja, siehste. Ja. Ja, er liegt jetzt hier gerade wieder beim Scarab. Aller Einheit. Ja, es geht ja noch. Es kann auch sein, dass das aber auch das Muster des Spiels ist. Ähm, dass die letzten zwei Minuten noch von dem vorherigen Match gespielt werden. Ja. Mit der Begründung so, äh, das hast du das letzte Mal gemacht. Ja, stimmt. Das kann sein. Das kann sein. Wäre eigentlich gar nicht mal so ein Nummer weg. So, den Scarab hätten wir auch gleich wieder down, hoffe ich. Komm, schnell, 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 schnell. So, zack. Damit wäre die Mission auch gewonnen. Dann können wir ja gleich wirklich mit der Achten weitermachen. Scarab erledigt. Ja. Beeindruckend. War's das? Kommen noch mehr? Negativ, Isabel. Die haben wohl aufgegeben. Von der Brücke hier sieht das nicht so aus. Der verbannten Träger greift uns weiterhin an. Der Käpt'n empfiehlt, eine kleine Basis zur Bewachung des Portals zu halten. Aber wir werden da unten wohl bald wieder ihre Hilfe brauchen. Isabel, Ende. Ihr habt mutig und ehrenvoll gekämpft. Ein wohlverdienter Sieg. Ja, vielen Dank. Machen wir mal fortfahren direkt um zur nächsten Mission. Ja. Im Sinne, äh... Die Szene kommt gerade. Johnson, die Geschütze einfahren. Es sind 60 Sekunden erledigt. Jennings, sofort die Luken schließen. Wie steht es um den Rumpfdurchbruch in Sektor 17? Währende Durchbrüche in Sektor 12. Reparaturen ins Gang. Wo sind die Kontaktspäden? Steuerbordgeschütze ausgefangen. Captain. Ich kann so nur schwer arbeiten. Können wir zurückschlagen? Von Träger sind noch mehr Bandschies gestartet. Tun wir das gerade? Tun wir, Professor. Überlassen Sie das mir. Kümmern Sie sich um die Arche. Und der Maßnahme ausgefallen. Steuerbordgeschütze ausgefallen. Wir drücken den Fabrik und holen rein. Mitten ins Hornissen-Nest. Scheint so. Sofort evakuieren. Wie lange halten wir das durch? Nicht lange. Wir verlieren zu viele Kanonen. Es wird bald vorbei sein. Ich glaube, ich kann uns Hilfe besorgen. Können Sie das Portal öffnen? Nein. Wir erschaffen ein Halo. Was? Die Arche enthält in ihren zentralen Schmieden einen beinahe fertiggestellten Ring. Er dient als Notfallersatz, falls einer der anderen Ringe ausfällt. Ringe? Sie meinen die galaxievernichtenden Superwaffen, ja? Was das angeht, ich kann den Abschussmechanismus des Rings deaktivieren. Wir können ihn aber nur an eine der Positionen der ursprünglichen Ringe bringen. Isabel, der Master Chief hat einen Ring in der Nähe von Reach gefunden? Das wäre ein Reichweite einer Funkbarke. Könnte klappen. Wie lange brauchen Sie? Meinen Berichtungen nach, zwölf Stunden. Wir haben keine zwölf Stunden, Professor. Vielleicht zwölf Minuten? Und wir können das nicht besiegen. Aber ich. Dazu brauche ich aber Hilfe. Inwiefern? Fürs Erste brauche ich Sie mit mir da um. Isabel. Tut mir leid. Ich war recht lange auf der Arche. Sie sollten inzwischen ja wissen, dass dort bestimmte Regeln herrschen. Ich werde eine brechen. Eine wichtige. Wir müssen da und da Bodentruppen verteilen, um mir etwas Zeit zu erkaufen. Übernimmst du jetzt das Kommando über Bodentruppen? Zeit für was erkaufen? Auf diesem Schiff trafen die Monster ein. Es tötete alle meine Schutzbefohlenen. Und jetzt will es auch sie töten. Das lasse ich nicht zu. Es ist Zeit, Ihnen zu zeigen, wer hier wirklich die Macht hat. Ja. Dieser Ball haut nochmal richtig rein, oder? Wir haben die Partikelkanone der Blutsväter erreicht, die wir im Kartografen entdeckt haben. Wir visieren den verbannten Träger an und sind jetzt feuerbereit. Los. Die Spirit of Fire ist nicht dazu gemacht, einen Träger wie die feste Überzeugung zu bekämpfen. Wir halten nicht lange Stand. Ich kriege hier gerade Fangasms. Die Kanone kann den Träger nicht zerstören, aber ihn manövrieren. Wir und Fee schießen und die Schilde durchdringen. Wenn wir so lange überleben. Da kommt der zweite Teil von Isabels Planenspiel. Jerome, sind Sie in Position? Ja, Sir. Wir sind am Boden und nähern uns der verbannten Basis unter dem Träger. Gut. Isabelle muss auf den Träger, sobald seine Schilde unten sind. Douglas, Atriax kann sich den Verlust des Trägers nicht leisten. Er wird die Kanone also mit allen vorhandenen Truppen angreifen. Ja, Cedric. Ja? Bist du durch mit der Cutscene? Ja, ich bin durch mit der Cutscene. Kannst du kurz erklären? Also da werden ja teilweise mit Sachen um sich geschmissen, die man schon in der Vergangenheit gehört hat, oder? Ja, natürlich. Also, dass die Arche die Halo-Ringe erschaffen hat, dass die Halo-Ringe eine Superwaffe sind. Und natürlich auch der Planet Reach. Der Planet Reach war für die Menschheit praktisch, wie soll man das sagen, für die UNSC besser gesagt, war das ein riesiges Bootcamp. War ein Ausbildungscamp dann halt, ne? Ja, ein ganzer Planet, wo nur militärische Ausbildung getrieben wurde. Das war der militärische Hauptstützpunkt Nummer 1. Dort wurden auch die Spartaner trainiert und erschaffen. Okay. Und, äh, was heißt jetzt also? Da war der auch der erste Ring. Da spielte Halo 1 und da wollen die jetzt gerade den Halo hinbringen. Okay. Einfach nur, damit sie funken können. Damit die Leute wissen, okay, wir sind da bei der Arche, kommt da mal hin, wir brauchen da Hilfe. Ja. So, dann wollen wir das auch mal machen. Verteidigen Sie die Blutsväter-Partikelkanone gegen die Verbanden, bis sie die Schilder des Trägers durchbrochen hat. Okay. Bauen Sie Geschütze und bringen Sie Truppen entlang der Verbandenroute zur Kanonenanstellung. Alles klar. Machen wir. Präfer bestätigt, Professor. Die feste Überzeugung ist manövrierunfähig. Wann in etwa werden wir Ihre Schilde durchdringen? Schwer zu sagen, Captain. Zu dem Ding hier gab's kein Handbuch. Ich werde die Kanone mit so viel Energie wie möglich füttern. Aber dann sind wir ein leichtes Ziel. Einverstanden. Douglas, der Verbandenträger ist Atrioks größterer. Und seine einzige Möglichkeit zum Hyperraumtransport. Er wird alles tun, um die Kanone zu zerstören. Gut. Wenn diese Portale vernichtet wurden, müssen die Verbanden mit den Truppen vor Ort zu einem normalen Frontalangriff übergehen. Um an die Kanonen zu kommen, müssen die Verbanden durch diese Engpässe im Osten und Westen. Wir haben dort UNSC-Schutzwände errichtet. Sie müssen unbedingt standhalten. Okay, das heißt, es ist wieder eine... Ich habe Überwachungsausrüstung an den Routen aufgestellt und kann Douglas warnen, wenn die Verbanden leer rücken. Und da Atrioks all seine Truppen auf sie angesetzt hat, wird die Basis unter dem Träger nur schwach verteidigt sein, sodass Jerome und Isabel in sie eindringen können. Wir müssen jetzt praktisch mehrere Punkte verteidigen, was? Stellung halten, Team. Bereit. Jerome, hier ist Douglas. Wir haben den Schild des Trägers getroffen. Wird etwas dauernd durchzukommen, aber es funktioniert. Sehr gut. Wir machen uns auf den Weg. Beschäftig so lange den Träger. Douglas, ich habe hier ein Warnsignal auf den Monitoren. Die Verbanden werden bald da sein. Die letzte Zwischensequenz für mich ein absolutes Fangasm war. Das hattest du gerade erwähnt. Du darfst doch gerne erklären, warum das so ist. Erstmal die ganze Szenerie, wie das aufgebaut war. Granatenwurf erforscht. Es war einfach... Ganz ehrlich, von mir aus könnten die Entwickler das Spiel auch sein lassen und einfach einen ganzen Film davon programmieren. Und animieren. Ohne Scheiß. Das wird mir reichen. Es sieht wahnsinnig gut aus. Marines melden sich zum Dienst. Das sieht in der Tat sehr, sehr gut aus. Es ist... Nicht zu hängen, lassen Marines. Schon ziemlich detailgetreu auch gemacht. Ja. Ich will nicht wissen. Ich glaube 50% des Geldes, das Microsoft da rein investiert hat, ist in die Zwischensequenz reingewandert. Ja, so gefühlt. Das soll natürlich nicht heißen, dass das Gameplay schlecht ist, aber man merkt, wo der Fokus drauf lag. Ja, ich will auch nicht das Gameplay damit schlecht reden oder dieses Spiel damit beschönigen. Aber ich habe noch nie solche guten und realistischen Zwischensequenzen gesehen in irgendwelchen Spielen. Ja. Selbst bei Rollenspielen sind sie nicht so gut animiert und da ist ja teilweise ein Fokus da drauf. Das stimmt, das stimmt. Gut. So. Wir müssen halt wieder ein bisschen aufbauen und hoffen, dass wir nicht... Geschütz errichtet. Nicht überall fährt. Genau. Geschütz errichtet. Nicht zu hängen lassen, Marines. Weiß jetzt doch gar nicht, wo gleich Klinge da kommen werden. Ich weiß nur, dass gleich kommen wird. Wir sind mal beim RTS, oder? Ja. Sicher, sicher, aber... Da kommen sie. Infanterie, da sind wir ja noch gut bestellt, oder? Ach doch, sowas wie Tower Defense hier sehe ich gerade. Siehst du das? Wir haben hier eine Route. Ach, wie lässt sich das denn? Das check ich jetzt erst. Das ist ja richtig nice. Das ist lustig gemacht, ne? Das ist ja richtig, richtig nice. Oh nein. Ich habe hier kein Tor umgekommen. Ja, also wenn es nach mir ginge, würde ich am liebsten jetzt die Mission neu starten. Aber es geht natürlich nicht. Ach, mach einfach. Spiel einfach. Oh, was können wir tun? Hier noch, ne? Oh man, fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Und du hast auch keine Einheiten gebaut, die du sonst noch an der Linie entlang postieren würdest, ne? So bläugig, wie ich bin. Hast du nur Türme? Ja, habe ich natürlich nur Türme gebaut. Oh, 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 oh. Oh, nachher ist der? Na gut, ob das jetzt taktisch so klug ist gegen diese... Aufpassen, wir haben Feinde in der Gegend. Die Jäger müssen wir die einsetzen. Die Hornet? Ja. Ja. Gut, ich weiß nicht, ob die Jäger können die nicht angreifen. Sie ist das? Ne, ich sehe es nicht. Ja, das siehst du gleich. Kann jederzeit losgehen. Aber ich kann dir schon mal sagen, wenn du das im richtigen Spiel versuchst, lass es die, doch? Hol endlich immer diese Drecksfehl von mir runter! Wieso? Was macht die Hornet? Verstehe ich nicht. Inwiefern? Wow, was ist hier denn passiert? Heilo 4 teilweise gegen Jäger? Äh, na. Dann explodiert die Hornet so sehr gerne mal. Da kommt noch mehr Infanterie aus dem Norden. Einführer, Popen erhalten. Douglas, Jäger im Norden. Scheiße. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Die Lärm nie dazu, oder? Verstandszentrale. Geschütz errichtet. Ja, das ist ein bisschen schlecht. Das ärgert mich jetzt, ne? Das ärgert mich. Man weiß nicht wirklich, was einen erwartet, und dementsprechend. So, die Hornet ist ja. Geschütz aufgerüstet. Aber wie gesagt, da hat man wieder mal im Missionsdesign, selbst wenn es nur zwölf Missionen sind, aber sie sind wenigstens schüttenabwechstungsgleich. Ja, das stimmt. Und ich gehe davon aus, dass sie auf hohem Schwierigkeitsgrad auch richtig knifflig werden. Geschütz errichtet. Sich zu hängen lassen, Marines! Douglas drückt auf. Wir sind unterwegs. Die Verbanden greifen die westliche Barrikade an. Was ich gerade merke, ich habe gar nichts garagenmäßiges oder so gebaut. Ach, wer braucht schon Fahrzeuge? Gut, okay. Du könntest vielleicht später ein paar Skorpchen gebrauchen. Shit. Stimmt ja gut, war der noch so? Ja, ne? Stimmt ja. Stimmt ja. Douglas, feindliche Infanterie im Anmarsch. Dieses Mal aus dem Nordosten. Ja, 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 ja. So, etwa ein Szenenwechsel. Abmarsch, Männer! Äh, 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 Infanterie. Mini-Basis fertiggestellt. Jäger und Infanterie im Nordosten. Als was zählen denn Jäger? Als Fahrzeuge? Nee, ne? Nein, Jäger sind Einheiten gegen Fahrzeuge. Das ist halt schwere Infanterie wie deine Cyclops. Aber wie groß ist die Hand ist, ey? Wo ist die Hand ist, ey? Da merkt man, ist ja alles. Okay. So, es sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Nee, das stimmt. So. The Garage. Dann brauchen wir mal welche hier von. Anführerfähigkeit bereit. Douglas, die Monik. Die Tore zeigen nichts an. Vorerst. Vorerst. Sieht aus, als hätten wir uns etwas Zeit erkauft. Oh, nein, 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 nein. Überprüfen wir unsere Verteidigung und fordern mehr Truppen an, solange wir können. So. Nachschubmodul-Upgrade abgeschlossen. Generator-Upgrade abgeschlossen. So. Ich muss jetzt halt mal eben kurz gucken. Anführerpunkt erhalten. Was können wir hier machen? Lotus wieder. Sehr gut. Temporäres Geschütz ist auch gar nicht schlecht. Panzer von Nordosten hier im Anmarsch. Verstanden. Sealed auf die Waves. Sie dürfen nicht durchbrechen. Das ist kein Valent, Leute. Noch ein Waves aus dem Nordosten. Wir machen Kleinholz aus dem Marikaden. Oh, jetzt kommt ein Panzer. Marine schmelzen sich zum Dienst. Gegner erledigt. Geschütz aufgerüstet. Geschütz aufgerüstet. Mit dem Fahrzeug verlockt, warum? Fahrzeuge kommen aus dem Nordosten. Woa, alter sweet, ey. Alter, wie soll ich das denn machen? Fahrzeuge greift mit Gas, kommen. Geschütz aufgerüstet. Boah. So viel zu, das sieht auch gut aus, ne? Geschütz aufgerüstet. Ja. Wir müssen die Partikelkanone schützen, bis sie die Schilde durchbricht. Woa, die sind schon. Okay. Ich glaube, die Wolverines waren ein kleiner Fehler. Kann sein, ja. Die Partikelkanone wurde beschädigt. Wir brauchen Reparaturdrohne. Ja, 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 ja. Geschütz aufgerüstet. Ich habe das Gefühl, die kommen jetzt von hier, eben. Unten gleich. Feinde bei der Kanone. Vernichten Sie sie. Ich habe voll den Überblick gerade verloren. Glaubst du das? Ja. Ja, das ist ein bisschen schwierig jetzt. Die schicken noch mehr Ghosts aus dem Osten. Douglas, einer ihrer Ways nähert sich unserer Basis. Wenn wir da verlieren, können wir die Stellung nicht mehr halten. Das darf auf keinen Fall passieren. Verstanden, Zentrale. Die östliche Barrikade ist verloren. Die Verwandten sind durchgebrochen. Wir haben das sichern, Marines. Oh, du kannst ODSPs anfordern. Das sieht gut aus. Ne, das sieht auch echt nicht gut aus. Die kenne ich schon. Die kenne ich schon. Erledigen wir ihn, bevor er die Heimatbasis einhebnet. Ich hoffe, gerne würde ich diese Mission gerade selber spielen, ey. Ja, nervenaufreibend. Zumindest weiß ich jetzt, was mich erwartet. Ich glaube nicht, dass wir das noch groß rumreißen werden. Ne, ich glaube es auch nicht mehr. What the fuck? Ja, ich würde sagen, wir beenden das an dieser Stelle. War einmal die Mission Neustarten, wa? Wache Mission Neustarten.